Oder Chef? Ja? Hallo Chef, ich bin in Urlaub. Ist es ein Notfall? Nein? Ja gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Wenn deine Mitarbeiter in Urlaub sind, haben sie Urlaub. Und du hast keinen Anspruch, sie zurückzurufen. Es sei denn, dass es ein dringender Notfall ist. Sonst können deine Mitarbeiter ihren Urlaub genießen und müssen nicht für dich erreichbar sein. Für mehr Rechtssicherheit in deinem Unternehmen folgen.